Flaugentäre Folge 4 und warum wir auf einer Baustelle sitzen, das seht ihr jetzt. Wie finden wir das so? Was machen wir jetzt? Hä, wo sollen wir filmen? Das nächste Interview. Wir kommen morgens auf die Arbeit und auf einmal stehen da so zwei neue Meetingräume. Dann war da der Stuhl. Hä? Wir wurden nicht gefragt. Das ist unser Safe Space. Wir kriegen jetzt endlich so kleine Besprechungskabinen unten, damit man endlich auch mal in diesem Großraumbüro kurz fünf Minuten einfach mit jemandem sprechen kann. Jetzt erst mal einen Kaffee. Ich habe immer noch die Nase gestrichen von der Aktion. Ich weiß nicht, ob er es vielleicht ein bisschen überdramatisiert. Ich finde es hier saugeil. Danke an der Stelle, an die Geschäftsführung. Unser alter Aufnahmeplatz, da hat halt alles begonnen. Ein Stück Herz wurde mir da halt rausgerissen. Er überdramatisiert es. So, ich bin in Bad Ems. Da ist Rheinland-Pfalz-Tag dieses Wochenende. Und ich bin quasi das ganze Wochenende als Reporter eingeteilt. Warum hat er ein weißes Hemd an? Habt ihr noch nie in einem Hemd gesehen? Manchmal hast du auch so Pressetermine, die einfach wichtig sind. Mit der Ministerpräsidentin, mit Malu Dreyer jetzt in dem Fall. Dann darfst du dir schon auch mal ein weißes Hemd anziehen. Ich bin jetzt von Freitag bis Sonntag und wir haben da ja eine große RPA1-Bühne und BigFM-Bühne. Und berichte da einfach jeden Tag, was so los ist. Das ist hier das Office. Alles etwas spärlich angerichtet, aber egal. Technik steht. Hier kannst du duschen gehen. Ihr seht ganz, ganz viele schalten heute. Stündlich, im Prinzip zwei. Der Jens, mein Kollege, hilft mir da. Wir machen das zu zweit. Ich komme auch kaum zum Filmen. Ist nicht ohne, aber es macht Bock. Es war schon viel Arbeit, aber es hat sich am Ende nicht nach Arbeit angefühlt, weil es einfach so viel Bock gemacht hat. Leonie war da. Glockenbach waren da. Juli waren da. Ja, witzig. Es hat sich nicht nach Arbeit angefühlt, muss ich sagen. Jetzt geht die Tür zu und gleich sitze ich im Autokopf über. Jetzt bin ich seitlich. Okay. Und jetzt bin ich aufüber. Ich habe so viele Fragen. Okay, jetzt muss ich hier irgendwie rauskommen. Hallo, guten Tag. Die Füße irgendwie raus. Und geschafft. Ja, das war halt so ein richtiges Reporterfeeling, weil ich bin da raus, hatte keinen Plan, was ich machen will. Und da war dann auf einmal eine Idee und habe daraus einen Take gemacht. Also, war witzig. Oh mein Gott, ich bin gerade beim Stinker. Oh mein Gott. Und ich bin im Daxi in Ruhe. Finite die Lukas. Mega, oder? Ich fand es cringe, draußen zu fliegen. Aber ich bin hier mit zwei Leuten, die das gewonnen haben. Und ich begleite die jetzt quasi. Ich habe gerade so einen hechten Nervenzusammenbruch. Weil, als ich schon zurückgegangen bin, jetzt aus der Menge raus, haben mir Leute schon Totes mitgegeben. Und jetzt muss ich eigentlich wieder zum Getränkestand den Getränk holen und dann quasi einmal querbeet durch die Masse. Die Leute werden mich umbringen. Ich habe es gern gemacht für Raffaele und Kerstin. Herz an dieser Stelle. Aber junge Nervenzusammenbruch verprogrammiert einfach. Ich bin wieder zurück. Es ist 20.48 Uhr. Ich fühle mich ein bisschen drunk, obwohl ich komplett nüchtern bin. Übrigens habe ich es geschafft, die Becher durch 6.000 Menschen durchzutragen. Ich habe es geschafft. Ich kriege gerade schon wieder ein bisschen Flashbacks. Das ist eine To-Do-Liste. Die habe ich extra vorm Konzert vorbereitet. Diese To-Do-Liste hat mir mein Leben gerettet. Das sind die wichtigen Sachen. Die arbeite ich ab. Batz, 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 batz. Ich konnte einfach abhaken. Die Reportage quasi für morgen, wie ich es fand. Weil morgen kann ich schon nicht mehr so geil erzählen, wie jetzt gerade eben. Würde ich immer wieder so machen. Und das mache ich jetzt noch schnell. Was für ein Gänsehaut-Moment. Ich würde sagen, relativ am Anfang schon, als Englishman in New York von allen. Das kommt gerade nicht mehr so viel. Ich habe am nächsten Tag einfach die Kritik bekommen, dass ich schon so müde klang, dass ich es nächstes Mal bitte ein bisschen enthusiastischer mache. Da klang es gerade so, als hätte jemand eine Thea zugemacht. Vielleicht haben wir auch ein Audio-Tain mit Südwestgeist. Und soll ich euch was sagen? Ich bin gar nicht so scharf drauf, dasselbe rauszufinden. So, und jetzt schneide ich das, was ich da gerade gesprochen habe. Dann bin ich eigentlich fertig, glaube ich. Nächstes Mal muss ich mir nochmal fünf Minuten Kick geben, nochmal mich zwicken und nochmal sagen, hey, füll dich jetzt nochmal ein bisschen mehr rein. So, dann klingt es halt geiler. Hallo, ich bin aufgeregt. Ich habe jetzt einfach gleich ein Interview mit Milky Chance. Ich habe hier mein Skript mir vorbereitet, also meine paar schlauen Fragen, die ich stelle. Und ich bin halt ultra der Milky Chance Fan. Also ich war schon ein paar Mal auf dem Konzert. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier keine Fanboy-Performance ablege. Ich glaube nicht, dass ich das mache. Ich kriege das hin. Ich traue das dem schon zu, dass der das gut macht. Dass der den auch ein gutes Gefühl gibt. Dass der schon, der Julian schon auch mal aufgeregt sein kann vor so einem Interview. Aber dass der das dann auch mit Bravour auch meistern kann. Ja, auch nur ein bisschen cringe dann ist. Das ist halt mein allererstes Künstler-Interview über Zoom. Sind leider nicht da, aber Zoom ist auch cool. Und ja, da warte ich jetzt im Meeting. Da kommen die gleich dazu. Und dann bin ich echt gespannt, was das wird. Let's go! Ich habe dann meine paar schlauen Fragen gestellt. Habe sie ein paar albumspezifische Fragen gefragt. Auch so, was ihre Tour angeht, ihre nächste. Auf seriös, aber auch locker. Aber dann, am Ende, habe ich mir doch einen kleinen Fanboy-Moment erlaubt. Ich muss noch eine kurze Anekdote erzählen. Fängt random an, hat aber mit euch zu tun. Ich war nach dem Abi in Australien mit meinem Kumpel Eric. Ich war nach dem Abi in Australien, wenn es schon so anfängt. Und da haben wir einen Trip zu den Whitsunday Islands gemacht. Auf dem Boot. Und da waren ganz viele Nationalitäten halt auf einem Boot. Jeder hatte mal das Augskabel, um Mucke anzumachen. Aber nie hat es die Person geschafft, wirklich alle zum Tanzen zu bewegen. Und dann habe ich nachgedacht, okay, Milky Chance. Und habe von Blossom einen Song angemacht. Und es war einfach Clouds. Und alle haben getanzt. Geil. Mega. Schöne Anekdote. Shoutout an Eric und alle anderen vom Boot. Ja, schöne Geschichte auf jeden Fall, Julian. War bisschen Fanboy. Bisschen. Aber hat mir gefallen. Geile Story. Danke fürs Teilen auf jeden Fall. Ich finde, in so einem Fall kann man dann auch mal eine persönliche Geschichte erzählen. Und dass sie es natürlich cool fanden, war für mich die Hauptsache. Ich darf jetzt was einsprechen, was morgen direkt im Radio läuft. Ihr seid bestimmt aufgeregt und gespannt, was es sein könnte. Was könnte es sein? Der Kirchenbeitrag. Ja, muss auch gemacht werden. Früher, in der Kirche, da habe ich immer gern Fürbitten vorgelesen. Also, ne. Ich glaube, ich bin die Richtige für den Job. Also, wir haben da so ein extra Fach mit unserem ganzen Kirchenzeug drin. Und bei Sendefertig habe ich hier einfach schon mal den Beitrag. Dann haben wir hier einmal Verpackungen. Das sind hier die Musikbetten. Das Intro, das Outro, das ziehe ich da alles gleich rein. Dann kommt der Beitrag rein. Den habe ich gerade schon mal hier reingeklickt. Ich habe noch nicht meine eigene Spracheinstellung, deswegen nehme ich einfach... Auf Matthias Friemel wartet ein besonderes Ereignis. Wenn ich den Kirchenbeitrag einspreche, versuche ich erstmal so komplett alle Emotionen abzulegen. Zum Beispiel bei Sting, da war es halt wichtig, dass es emotional ist. Soll was rüberkommen, was man in dem Moment auch gefühlt hat. Aber jetzt, wenn ich den Kirchenbeitrag anmoderiere, dann soll es halt einfach plain und simpel. Das ist es, darum geht's. Und deswegen versuche ich da so wenig wie möglich Emotionen in der Stimme rüberzubringen. Er wird morgen im Freiburger Münster zum Diakon geweiht. Ich mache es einfach nochmal. Er wird morgen im Freiburger Mün... Also, ich finde, die Stimme passt schon gut zu so einem Kirchenbeitrag. Also, so ruhig, bisschen pastoral vorgelesen. Irgendwie bin ich nicht so zufrieden. Manchmal hat man so einen Sing-Sang. Aber irgendwie fällt es mir auch grad ein bisschen mehr schwer, den Sing-Sang rauszubekommen. Ich mache mir das jetzt einfach so, dass ich den ersten Teil vom ersten nehme und den zweiten Teil vom zweiten. Man muss halt einfach wissen, wie man es macht, oder? Ich mach das so, wie ich das will. Du, Mops. Das nehmen wir. Man nehme die Verpackung. Radio Regenbogen Heaven. Gedanken zum Tag. Dann meine Aufnahme. Auf Matthias Friemel wartet ein besonderes Ereignis. Dann nehmen wir den Beitrag. Mehr dazu von Dieter Waltraff. Es ist vermutlich das älteste Amt... Jetzt habe ich da noch das Auto dran geklatscht. Heaven bei Radio Regenbogen. Ich speichere das jetzt hier im Studio einfach mal so ab. Peace out. Schon next level shit. Ich bin jetzt quasi Pfarrerin, wenn man es so will. Hallo, Hoch am Ring steht an. Ich dachte mir, ich kann einfach so ein kleines Bit machen darüber, weil ich war schon ein paar Mal auf einem Festival, was so die Essentials sind für mich, also was man beim Camping auf jeden Fall braucht, oder bei so einem Ring-Wochenende, was man nicht vergessen darf. Ich kann da relativ gut frei Schnauze erzählen. Hab mir trotzdem meine zwei, drei Notizen hier gemacht, damit ich zumindest so die Eckpfeiler auf dem Zettel stehen hab. Und ja, jetzt erzählen wir einfach mal gemütlich über Rock am Ring. Cool ist manchmal beim Radio, du kannst deine eigenen Ideen einfach sofort umsetzen. Du hast ein Hobby und darüber willst du erzählen und kannst es halt mit deiner Arbeit verbinden. Ach ja, ein Festival-Experte, Julian Eckert. Was darf auf keinen Fall fehlen? Ihr braucht auf jeden Fall eine faltbare Trinkflasche. Die könnt ihr mit aufs Festival-Gelände nehmen. Dann Oropax, nicht zu unterschätzen für nachts. Ja, also so hört es sich an. War doch ganz cool. Und ich bin euer approvter Camping-Experte, falls ihr es noch nicht wisst, wer Fragen hat. Ja, Camping, let's go. Ja, komm ruhig rein, kein Problem. Das Geile ist, manchmal bei unserem Job, es passieren so random Dinge einfach. Flashback Freitag! Ach so, es heißt Freitag, oder? Nicht Friday. Flashback Freitag! Flashback Freitag! Ich muss mich erstmal gerade kurz von diesem Cringe erholen. Maximum Rock'n'Pop. Maximum Rock'n'Pop. Maximum. Maximum. Rock. Rock'n'Pop. Rock'n'Pop. Ist schon cool manchmal, wenn Leute einfach auf dich zukommen und dann irgendwie so sagen so, hey, kannst du mal kurz das machen, dann machst du irgendwas. Und dann manchmal fährst du so im Auto und hörst dich plötzlich bei irgendeinem Sender und denkst so, ah, ich glaub, das war ich. Dankeschön. Ah, was für ein wunderschöner Arbeitstag.